Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder eurer Lamingo-Hazer und ich heiße es heute. Und herzlich willkommen zu dieser, ja, äh, weiteren Runde Champions of Order zusammen mit der... Sam. Und, äh, heute lassen wir das Team, der schlechter gegen das Team der Marodeure antreten. Sam, für welches Team bist du eigentlich? Ähm, I don't know. Ich kenn' die nicht. Was? Ich kenn' die nicht. Ich hab's dir doch vorhin gezeigt. Zwei Sekunden jeder, super. Ja, mein Gott, dann sagst du halt für weh, der Marodeur sind die Goldjungen und die schlechter Stämme, das sind halt so Kannibalen. Hm, Menschenfleisch. Okay, alles klar, Sam ist für die Schlechter. Gott. Nämlich, das ist für die Marodeure. Ja, was? Ich lerne dich wieder und mach dich zu staub. Ist schon irgendwie eindrucksvoller Urlaub. Ja. Ah, alles klar. Der ist ein bisschen verrückt. Der, ein bisschen? Ich bin jetzt mal entspannt, ey. Alter, der hat jetzt zieht ihr mir erstmal hoch und gibt ihm nur Respektschelle. Auf Kartenhüter, mach' ihn glatt. Ich muss auch echt sagen, der Kartenhüter sieht nicer aus. Ich mag den Helm von denen. Der ist sogar aus den Filmen. Kommt der auch vor der Helm, den der eine trägt. Bei Gimli. Okay. Ist wirklich so, ja. Alter, der gibt dem aber auf die Fresse. Scheiße! Nein, Sam darf nicht gewinnen. Doch, darf sie. Nein, darf sie nicht. Das ist scheiße, wenn du gewinnst. Walter, der haut dem aber auch in die Fresse. Oh ja. Guter Schlag wieder zurück. Naja, noch nicht genug. Der, der macht es schon, ich sag's dir. Nein, der ist zu langsam. Nein, der packt das, ich glaube, ganz fest an den. Weil schon nachgiebig ist, ja, jetzt mach' nur mal nicht vor hier. Oh, scheiße. Oh, nee, was? Ach man, ey, scheiße. Damit geht der erste Punkt erzählen, was ein Scheiß. So, jetzt geht's in die zweite Runde, nachdem ich leider kläglich versagt hab' in die ersten. Das wirst du auch weiterhin. Geht's noch am Arsch. Jetzt wird mein Brecher deinen komischen Leichenhäcksler da kaputt machen. Der kriegst du richtig in die Fresse. Aber ordentlich. Sieht nach einem lahmen Kampf aus. Ich bekomm' immer die Langweiler. Siehste. Schmerz, kein Geist. Ich hab' auch einen Langweiler. Ich hab' hier den besten. Der Ruhmjäger hier. Ich glaub' es gab auch mal einen Ruhmjäger, der hat's ganz schön weit gepackt. Oh, hier, der kriegte sofort von einem normalen Fußsoldaten. So. Ja, machen platt genau. Ach, du scheiße. Jo, Anna hat im Jokeslam jemand totschlagen. Okay. Ach, stimmt, ja, hatte die epische Eigenschaft, dass der eine Elite-Gefolge dabei hat. Ja. Nein, meiner. Deiner nicht, deiner hat scheiße. Na und? Ja. Ich kenn's das erst mal gegeneinander. Ja, jetzt geht's erst mal gegeneinander. Oh, Scheiße für so, für so dicken. Ja, kann der ganz schön gut ausweichen, hey. Mit so'n fetten Schild. Oh, shit. Oh, alter, was, was, sag' mal. Der kriegst es schon wieder, der kriegst es schon wieder auf die Fresse, ey. Alter, hier, der Maro-Dörstamm, der kriegt den voll abgezogen vom, vom schlechter Stamm. Ja, jetzt, mach'n platt. Ja, jetzt, jetzt hat er, jetzt hat er das Momentum. Und was macht er, aber nicht lang. Aber nicht lang. Oh, alter, nee. Junge, der, der mit voll auseinandergewollt und das gibt's ja wohl nicht ab, du Scheiße. Oh, scheiße, das, das. Und, bam. Boah, leck mich doch am Emiley. Scheiße. Das darf nicht sein, dass Sam gewinnt, dass es scheiße ist. Das sollte so sein. Oh, Mist. Das ist ein Riese im Gegensatz zu dem Hörer Sack, der den du da hast, ey. Wings kann meiner was. Deiner erkannt gar nicht, ey. Die Statistiken sind bei dem so scheiße, ey. Blutig, 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 blutig. Es gibt dir mal irgendwelche Pillen, ey, der hat sie heute vergessen zu nehmen. Oh, es war das langweilig. Digga. Die Sam ist heute voll in Flame-Modus, ey. Jetzt gibt's erstmal richtig eins in die Fresse, hier. Oh, alter. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder schon. Boah, jetzt gibt's mir in die Fresse, jetzt gibt's mir, jetzt gibt's mir, jetzt gibt's mir. Ach, das weiß ich nicht. Der schafft der, der macht den platt jetzt. Jetzt gibt der ihm richtig eins auf die Schnauze. Komm, oh, geil, den machst du fällig. Der ist jetzt gleich fällig, der ist jetzt gleich richtig. Ja, er ist benommen. Ja, wir gewinnen. Oh. Und jetzt. Oh. Der erste Punkt. Der dritte, der dritte Kampf und boah ist den ersten Punkt. Oh. Dafür zählt der letzte zweifach. Oh. Oh, der ist geil. Der verdienter Sieg. Sehr gut gemacht, Uli Sack. So, da ist mein Königsschlechter. Und dein Koch. Ja. 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 Aus dem macht ne schöne Suppe. Aus dem macht ne schöne Suppe. Ah, alles klar. Ich würde schon, den die Zähne ausbeißen hier an dem Kamerad. Du bist gleich tot. Super. Bin bereit für mehr Blut. Meiner ist ein Zerstörer, der kann... Boah, hier, guck mal, hier geht er direkt dran, an die Sache. Komm, schießen ab. Boah, scheiße. Boah, kacke. Ich habe jetzt steht fest, welcher Stamm der Stärkere ist. Also, ja, also man muss natürlich sagen, an der Stelle, ähm, der Marodeurs Stamm bringt nicht sehr gute Kämpfer hervor. Das muss man an der Stelle, kann man auf jeden Fall sagen. Der schlechter Stamm ist, äh, schon einer der, sag ich jetzt mal, der gefährlichsten Stämme. Ja, siehste. Und, aber, aber ein König, aber ein König bringt man nicht, äh, so, ja, so einfach um. Deshalb wird, das wird, das wird der jetzt auch sein. Ja, die sind gleich auf. Jetzt sind sie gleich auf. Jetzt kriegt ihr erstmal nochmal einen Schuss in die Fresse. Äh, boah, der macht es gut, der hat ihn gut abgewehrt hier. Sam, ich glaube, da riecht. Da habe ich dich einen zweiten Punkt für mich. Der Ausgleich kommt. Ey, wagt dich, wenn der jetzt einen Schnellschuss scheiß macht. Jetzt gucken die sich nur an, so einer Motto, hey, servus, wie geht's? Oh, oh, oh. Da geht was. Oh, 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 oh. Ich wusste es. Das heißt, den zweiten Punkt für mich, äh? Ja, 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 jetzt haben wir unentschieden. Jetzt haben wir unentschieden. Mal gucken, wie es weitergeht, ne? Der letzte Kampf zählt, soppelt, das wissen wir ja. Ich muss schon sagen, meine sind im Gegensatz zu dein echt fett gepansert, ne? Ja, aber dafür sind man die besseren Kämpfer. Ja, das ist alles, das ist nur Gold. Ach, Quag, das ist super, das ist gehärtet, das Stahlscheiße mit Goldligierung und demweilen Kack. Die müssen schon mal so machen. Genau. Prozent also komische Müsstiger das ist die Nähe für die richtige nicht gehen lassen das fachst die Stücke Müsstiger und das wird so vor mir scheiß Legion ich finde er sich nah ist aus in seiner goldenen Rüstung hier Wiesel Rittel Rittel ohne Furcht und Tadel genau weiter der Krieg und ich auch die Fresse und es sind die Fülle aus aber um das ist wieder nichts gegen den Schild hier derzeit und so weiter wieso ist er schon wieder gehofft ohr da geht es in die Fresse aber richtig fahren das war schnell und damit sicherlich mehr den Vorsprung genau wenn ich aber das Endturnier gewinne gewinne ich das stimmt das stimmt natürlich gucken wir mal so nach ein paar hart erkämpften und wohlverdienten Siegen stehen wir jetzt im ja im Finale unsere beiden Teamcaptains beziehungsweise die beiden auf die wir setzen die zwei Punkte für uns wert sind ja aber einmal dux den edlen und Tugok den Eingeweidenschlüffer von Dessem ja ich finde der Eingeweidenschlüffer der hat sowas sowas erfahrenes durch den grauen Bart ja ja der macht den platt ne der macht den ganz sicher nicht platt weil meiner dick gepanzert ist und auch noch ein schneller Kämpfer der der ist damit groß geworden weißt du die haben den die Rüstung schon angelegt da war ja noch ein kleiner Hosen scheißer okay das ist eine beachtliche Frage also der ist voll mit Blut der Kamerad der hat ne geile Stimme ja ich finde diese Fähigkeit was die da machen ist so geil alter Deiner ist ein Pferdensucher die sind nicht immer unbedingt alter diese ist so eine scheiß Fähigkeit dass sie diese Äxte schmeißen gell oder diese Fleischerweide ja ooooh das hat weh getan das hat richtig weh getan das geht richtig gut unter die Haut bei den oh kacke der ist er zwirnend Sam ja sag ihm er soll aufhören nein doch mach weiter dicker nein lass den Scheiß richtig so bist du behämmernd nein und damit hab ich gewonnen das ist jetzt echt nicht wahr doch du hast dich doch mit einem Punkt drückt er mit zwei Punkten sieg sieg hab ich gewonnen du hast nur drei jetzt hab ich vier boah das ist doch zum Kotzen sowas scheiße gut damit hätte er Marodeurs Stamm gegen den schlechter Stamm eindeutig verloren ja und ja das ist zum Kotzen einfach nur es ist einfach nur zum Kotzen Leute ich hoffe was hat euch gefallen ich hoffe ihr lasst ein Like, Bewertung, Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder bis dahin haut rein bleibt dabei schreibt unbedingt in die Kommentare wenn ihr mehr davon sehen wollt und ja macht's gut ne ciao 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 Vielen Dank.